Und wir machen heute weiter, wir erneuern einen Teil der Bibelschule. Wir hatten letzten Freitag Live Bibelschule. Last Friday we did Bible School in a live version. Und da waren wir beim Thema Liebe. Und dann machen wir heute weiter mit Teil 2. Himmlischer Vater, wir kommen genau jetzt zu dir. Danke, dass es dein Wort ist, das rausgeht. Danke, dass es dein Wort ist, das uns Erkenntnis gibt, dass es uns verändert und immer mehr verwandelt. Danke, Vater, wir empfangen von dir. Danke, Vater, wir bekommen es von dir. Amen. Amen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Gott Liebe ist. Last time we spoke about God, that he is love. Dass sein Wesen, seine Person Liebe ist. That his whole nature, his being, his personality is love. Wir haben uns auch seine Charaktereigenschaften angeschaut. We checked out all of his characters. Das haben wir im Korintherbrief gefunden. We found this in the Korinthians. Und dass die Liebe sich nicht ändert. And that love never changes. Dass er, dass Gott sich selbst treu bleibt. That God stays faithful to himself. Wir haben darüber gelehrt, dass wir ihn als liebenden Gott erkennen. We taught about this, that we can recognize him as a loving God. Und er seine Liebe bewiesen hat. And that God has proven his love. Er hat seine Liebe bewiesen in einem Zustand. Also wir waren in einem Zustand, wo wir gar nicht liebenswert waren. Und wir gehen nochmal zu einer Bibelstelle, zum ersten Johannes. But now let's go to a scripture. It's 1. John. 1. Johannes 3. 1. John, Chapter 3. Im Vers 16. And here verse 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. We know love by this, that he laid down his life for us. Auch wir sind es schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. And we ought to lay down our lives for the brethren. Er hat sich gegeben. Er hat seine Seele gegeben. Er hat seinen Körper gegeben. Seele heißt, er hat seinen Willen aufgegeben. Seele heißt, er hat seinen Willen aufgegeben. Schauen wir noch zum Epheserbrief. Epheser 5. Let's look up Ephesians, Chapter 5. Vers 2. Vers 2. Und wandelt in der Liebe. And walk in love. Gleich wie auch Christus uns geliebt. Und sich selbst für uns hingegeben hat. Als Darbringung und Schlachtopfer. Zu einem lieblichen Geruch für Gott. Da können wir es wieder sehen. Und da können wir es wieder sehen. Dass Jesus sich gegeben hat. Jesus gab sein Leben. Jesus gab seine Zeit. Er gab sein ganzes Wesen. Warum? Warum? Aus Liebe. Aus Liebe. Aus Liebe für dich. Und für mich. Und für mich. Wow. Jesus ging so weit. Er hat das auf sich genommen. Und Jesus ging so weit in dieser Weise, dass er es auf sich genommen hat. Was wir hätten bekommen sollen. Jesus steht für die Gnade. So Jesus stands for grace. Lasst uns schauen in 2. Korinther 13. Und let's look this up in 2. Korinther 13. 2. Korinther 13. Vers 13. 2. Korinther 13. Vers 13. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle. Der Vater steht für die Liebe. Der Vater steht für die Liebe. Der Sohn für die Gnade. Und der Heilige Geist für die Gnade. Und der Heilige Geist für die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft heißt etwas teilen. Gemeinschaft bedeutet etwas teilen. Gemeinschaft bedeutet etwas teilen. Gemeinschaft bedeutet etwas teilen. Amen. Der Vater, der die Liebe ist, der Vater hatte Gemeinschaft mit dem Sohn. Der Sohn war an einem Ort, wo es einfach nur herrlich war. Der Sohn war an einem Ort, wo es einfach nur herrlich war. Und der Vater ließ ihn von diesem Platz gehen. Und der Vater gab den Sohn den Menschen. Und von Jesus heißt es, er war der Ausdruck seines Wesens. Und er hat auch gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und Jesus hat auch gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich glaube, wir sind alle liebende Eltern. Und ich denke, wir alle, dass unsere Eltern unsere liebende Eltern sind. Und du weißt, was es bedeutet, wenn dein Kind gehen muss. Und du weißt, was es bedeutet, wenn dein Kind gehen muss. Wenn du getrennt wirst von deinem Kind. An einem Ort. Wo keine Liebe in sich trägt. Wo nur Egoismus herrscht. Jeder Mensch zu der Zeit, als Jesus kam, war ein Sünder. Das heißt, jeder war selbstsüchtig. Und der Vater sendete ihn dorthin. Aus Liebe. Für dich. Und für mich. Von Jesus heißt es im 2. Korinther. Und es ist gesagt über Jesus in 2. Korinther 5. Vers 21. Vers 21. Da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gibt er das mal. Jesus wusste von keiner Sünde. Jesus wusste von keinem Sünde. Er kam von einem Platz, wo eigentlich alles nur gut war. Er kam von einem Ort, wo alles nur perfekt war. Als ich ein Kind war, dachte ich, und sagte ich auch immer zu meinem Opa, I thought, and I even said it to my grandpa, ich sagte, alle Menschen sind gut. I always told him, every human being is good. Und dann hat er wieder gesagt, nein, ich bin doch dein liebster Opa. And he answered, no, that's not true, and I'm your favorite grandpa. Und dann habe ich wieder gesagt, nein, alle Menschen sind gut. And I answered back and I said, no, every man is good. Maybe I have seen all people already with God's eyes at that time. Vielleicht war ich auch besonders naiv. Maybe I was a little bit naiv in that time. Aber ich kannte das auch nicht. But I didn't know this also. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass dich jemand belügt. I couldn't imagine that someone lies to you. Bestiehlt. Or steals from you. Oder einfach gemein ist oder was halt alles so ist. Or that someone just acts in a mean way or is cruel to someone else. Also ich kann Jesus gut verstehen, wie er hier auf die Erde kam. So I can understand Jesus very well when he came to this earth. Aber er kannte das nicht und wurde das. But he didn't know all of this. But he became all of this. Er wurde zur Sünde. He himself became sin. Er wurde von einem Liebenden zu einem Hassenden. He became from a loving one to someone that was full of hate. Er wurde egoistisch. He became selfish. Er bekam das alles am Kreuz. Er hat es nicht ausgelebt. He became all of this hanging on the cross. Aber all das Schlechte. He didn't leave everything out. But everything bad came suddenly upon him. Für dich. And this was for you. Und für mich. And for me. Damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. That we might become the righteousness of God in him. Er kannte nichts Schlechtes. Er ging umher und tat Gutes. Er liebte. Er liebte. Er liebte die Menschen all the time. Er verzichtete. Und so er machte sacrifices. Er verzichtete auf seine wahre Heimat. Where he gave up his true place of birth, so to say. Er widerstand Versuchungen. And he didn't give in to sin. Where he was tempted. Er gab sein Seelenleben. And he gave his own soulical life. He gave it up. Seine Wünsche. His wishes. His desires. Es heißt, er wurde in allem versucht, so wie wir. It's said about him that he was tempted in all things like we. Vielleicht hätte er auch gern geheiratet. Vielleicht hätte er gerne Sex gehabt. Vielleicht hätte er gern ein Haus gebaut. Vielleicht wäre er gerne an einem Ort geblieben. Vielleicht hätte er nur ein Ziel. Den Willen des Vaters zu tun. Und das war, um die Wille des Vaters der Vater zu beurteilen. Für dich. Und für mich. Und für mich. Gehen wir mal zu Matthäus. Und mit diesem, wir gehen wir zu Matthäus. Matthäus 26. Matthäus 26. Vers 1. Vers 1. Und es geschah, als Jesus alle diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. When Jesus had finished all these words, he said to his disciples. Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passau ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt würde. You know that after two days the Passover is coming. And the Son of Man is to be handed over for crucifixion. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Wir lesen jetzt nicht die ganze Geschichte. And we don't read now the whole story here. Aber lesen wir mal im Vers 12. But let's read together in Vers 12. Da wurde er gesalbt. And there he was poured out this perfume. Und da heißt es, im Vers 12. Here in Vers 12, it's about the anointing. Damit, dass dieses Salböl auf meinem Leib goss, damit, dass sie dieses Salböl auf meinem Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis begleitet. Here it says, for when she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Er war ja nicht krank. Er war nicht alt. Er war voller Kraft und Stärke. Er war voller Schönheit. Im besten Alter. Und dachte an seine Beerdigung. And he was thinking already about his own burial. Vers 21. Und während sie aßen, sprach er, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. As they were eating, he said, Truly I say to you, that one of you will betray me. Was hat seine Seele alles durchgemacht? So, what had his soul to suffer in all of this? Vers 31. Vers 31. Da spricht Jesus zu ihnen, Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, Ich werde den Hürden schlagen, dass die Schafe sich zerstreuen. Dann sagte Jesus zu ihnen, Er wusste, dass er verraten würde, Er wusste, dass seine Jünger ihn verraten werden. Oder verleugnen werden. Was hat seine Seele durchgemacht? So, what was his soul suffering? What was he going through? Vers 36. Vers 36. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird, und er spricht zu den Jüngern, Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedois mit sich, und er fing an betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Then he said to them, My soul is deeply grieved to the point of death. Bleibt hier und wacht mit mir. Remain here and keep watch with me. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging ein wenig über sie, und er fiel auf sein Gesicht und betroth, und sagte, Mein Vater, wenn es möglich ist, lasst diese Köln von mir, nicht wie ich will, sondern wie du. 40. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend, und spricht zu Petrus, Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Verse 40. Und er kam zu den Jüngern und fand sie schlafen, und sagte zu Petrus, So you men could not keep watch with me for one hour, was hat seine Seele durchgemacht? Er bittet seine nähesten Freunde, kurz vor seiner Kreuzigung, er bittet sie, mit ihm zu beten, und die schlafen. und sie alle schlafen. Wow. Vers 42. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Und er ließ sie, und er ging wieder weg und ging wieder weg und sprach eine dritte Mal, zu sagen, die gleiche Sache noch einmal. Und dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, Schlaf dir noch immer und ruht. Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Get up, let us be going. Behold, the one who betrays me is at hand. Vers 50, Vers 50, Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Und Jesus sagte zu ihm, Freund, do what you have come for. Da wurde er verraten von Judas. Und dann wurde er verraten Vers 51, und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Vers 51, Da sprach Jesus zu ihm, strecke dein Schwert an seinem Platz, denn alle, die durch das Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Vers 52, then Jesus sagte zu ihm, put your sword back into its place, for all those who take up the sword shall perish by the sword. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Oder du denkst, dass ich nicht meinen Vater beheben kann, und er will zuerst mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Vers 67, Vers 67, Ich habe mir nur einfach ein bisschen stichpunktartig rausgepickt, wo er überall durch musste. I just listed up some topics from all of those things that he had to go through and suffer in this. Vers 67, da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, andere gaben ihm Backenstreiche. 67, bei mir. 26 sind wir noch, ne? Oh, yes. then they sped in his face and beat him with their fists and others slapped him und sprachen, Christus weiß, sage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? and said, prophesy to us, you Christ, who is the one who hit you? Wow. Gehen wir weiter zu Matthäus 27. Let's go to Matthäus 27. Vers 26. Vers 26. Da haben sie noch darüber, ich sage mal, diskutiert, ob jetzt der wirkliche Mörder war, das glaube ich, der Barabbas gekreuzigt wird oder Jesus. Und im Vers 26 da gab er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn der Kreuzigung. He released Barabbas for them, but after having Jesus corched, he handed him over to be crucified. Vers 28. Und sie zogen ihn aus, they stripped him und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt Das waren nicht nur ein bisschen Dörnchen Das waren richtige kleine Dolche und diese Dolche haben sich in seine Kopfhaut reingebohrt. Und so diese große Dörn sie in sein Kopf Allein was man vorher gehört haben wie seine Seele gelitten hat. Gehen wir jetzt rein was er körperlich gelitten hat. Schau mal er hat alles durchgemacht. Er wurde verarscht ausgelacht er wurde von seinen Freunden verlassen und verkauft er am Kreuz sterben musste und er wusste auch von seiner Beerdigung und er wollte das nicht er nicht er 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 erlitten hat. Er wusste wenn er gesagt hätte Nö dann hätte ihm der Vater Engel geschickt und jetzt noch eins oben drauf der Vater hat zugeschaut er hat zugeschaut wie sein geliebter Sohn das hat er immer wieder gesagt das ist mein geliebter Sohn das zum Thema so sehr hat Gott die Welt gelebt und all of this for this topic when it says that for God so loved the world dass er gab that he gave für dich und für mich so wertvoll bist du für Gott so precious and valuable are you for God solchen wert hast du this is what your value really is in God's eyes du bist nicht nur eine Nummer im Königreich you aren't just a number in God's kingdom sondern du bist Gottes Schöpfung but you are God's own creation geliebt und wertvoll beloved and valuable precious that he watched let's read a little bit more let's read in verse 29 they put it on his head and they read in his right hand wo bin ich denn jetzt ja doch genau genau da Rohr in die rechte hand und beugten vor ihm die Knie und verspotteten ihn und sprachen sei gegrüßt König der Juden dann spuckten ihn an nahmen das Rohr und und schlugen ihn auf das Haupt da waren schon die Dornen drauf ne und nachdem sie ihn verspottet hatten zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an und sie führten ihn ab um ihn zu kreuzigen und let him away to crucify him Vers 34 gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken und als er es gekostet hatte wollte er nicht trinken wusstet ihr dass manche Essig nehmen um die Schmerzen zu lindern er wollte den vollen Preis bezahlen darum hat er den Essig abgelehnt nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los damit erfüllt wurde was durch den Propheten Gesaja gesagt ist sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das los über mein Gewand geworfen das heißt er hing da nackt so so this meant that he was hanging on the cross totally naked out with a loud voice saying Eli Eli Lama Sabachthani that is my God my God why have you forsaken me he didn't call him father anymore only God because he had lost the relationship to God as father that is not on this on top of all of that God had wahrlich seine Liebe bewiesen God truly has proven his love lasst uns mal zu Matthäus gehen sind wir schon Moment ah ja genau da sind wir ja schon Vers 50 Jesus aber schrie nochmals auf mit lauter Stimme und gab den Geist auf and Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit das zum Thema Liebe this for the theme of love und ich glaube dass Jesus sich nicht mehr wünscht and I fully believe that Jesus has not a greater desire in his heart than that we receive all of that we really believe this because he paid in full out of grace that you just simply understand Gnade this grace that it's only and all about what Jesus has done for you a complete a perfect work of love let's go to Isaiah Isaiah 53 Isaiah 53 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt Vers 1 was one who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed for he grew up before him like a tender shoot and like a root out of parched ground he has no stately form or majesty we saw him but his an blick didn't look upon him nor appearance that we should be attracted to him he was despised and forsaken of men a man of sorrows and acquainted with grief and like one from whom men hide their face so verachtet war er and we acht him not he was despised and we did not esteem him believe me this side no one could really stand because he didn't only have the crown of thorns on his head he was he was punched with this with this with this whip roman whip i believe 39 times and at the end of this roman whip there were pieces of bone then 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 so uh Eisen stücke wahrscheinlich so mit widerhaken metal maybe also with thorns formed like thorns at the end and with every peitschenschlag and with every whip floss blot by every beating with this whip blood was shared before he was beaten with this whip haben sie seine hände einen fetten nagel durchkraut they danach also erst gepeitscht dann genagelt and after he was beaten with this whip they drew this big and heavy nails through his hands ein Mann der Schmerzen a man of pain jeder blut tropfen and every drop of blood has a meaning für uns for us er war so so entstellt he was so um yeah transformed so to say dass man wahrscheinlich sogar seine Knochen sehen konnte that you even could look upon his bones in his body für uns for us ein Mann der Schmerzen mit Leiden oder auch sogar mit Krankheit vertraut a man of pain and sickness wie einer vor dem man das Angesicht verbirgt so verachtet war er und wir achteten ihn nicht and like one from whom men hide their face he was despised and we did not esteem him für war er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen wir aber hielten ihn für bestraft von Gott geschlagen und niedergebeugt doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen die Strafe lag auf ihm damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden wir alle gingen in die Irre wie Schafe jeder wandte sich auf seinen Weg aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn er wurde misshandelt aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf sch wie ein Lamm zu schlacht bank geführt wird wie ein Schaf das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut so so weggenommen so er weggenommen weggenommen wer aber will sein Geschlecht beschreiben denn er wurde aus dem Land der lebendigen weggerissen wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen aber bei einem Reichen war er in seinem Tod his grave was assigned with wicked men yet he was with a rich man in his death weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war aber dem Herrn gefiel es ihn zu zerschlagen er ließ ihn leiden wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen und die gute Leid der Lord will prosper in his Hand nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat as a result of the anguish of his soul wird er seine Lust sehen und die Fülle haben he will see it and be satisfied durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen as he will bear their iniquities so sehr hat Gott die Welt geliebt for God so loved the world dass er seinen Sohn für dich gab that he gave his son for you Amen Amen und das nächste Mal machen wir weiter and next time we go on with this Amen Amen